Was sind die verschiedenen Arten von allergischen Reaktionen? Eine allergische Reaktion kann als eine Art von Symptom beschrieben werden, die der Körper ausdrückt, wenn er einem Allergen ausgesetzt ist. Diese können relativ gering sein, zb die juckenden Augen oder die Nase, auf die manche Menschen nach Kontakt mit Pollen treffen können, oder eine allergische Reaktion kann erheblich schwerwiegender und manchmal lebensbedrohlich sein. Es gibt eine erhebliche Vielfalt an Allergie-Typen und Menschen, die die gleichen Allergien haben, reagieren nicht immer gleich. Eine der häufigsten Arten von allergischen Reaktionen ist eine Reizung der Nasenwege, die zu einer laufenden oder verstopften Nase führt. Gleichzeitig können die Augen gerötet oder gereizt sein. Diese Reaktion ist normalerweise mit Dingen wie Pollenallergien verbunden und wird als Heuschnupfen bezeichnet. Der Kontakt mit Schimmelpilzen oder Hausstaubmilben kann dies ebenfalls verursachen. Bei manchen Menschen, die unter allergischer Rinitis leiden, treten umfangreichere Symptome auf. Der Atemtrakt kann in Mitleidenschaft gezogen werden, was zu Husten oder leichtem bis schwerem Asthma führen kann. Die Atemwege können sich verengen, was das Atmen erschwert, wenn Allergene vorhanden sind. Menschen haben möglicherweise nicht immer eine asthmatische Reaktion, wenn sie mit irritierenden Quellen in Kontakt kommen, aber das Risiko ist sehr klar. Angesichts des potenziellen Auftretens von Asthma müssen die Menschen in der Regel mindestens einen schnell wirkenden Inhalator zur Hand haben, um schnell behandelt zu werden. Es sollte beachtet werden, dass allergisches Asthma und allergische Rinitis nicht notwendigerweise zusammen auftreten. Eine allergische Reaktion muss nicht die Nase, die Augen oder die Atemwege betreffen. Manche Menschen zeigen allergische Anzeichen mit einer Hautreaktion und können Nesselsucht entwickeln, wenn sie mit einem Reizstoff von außen in Kontakt kommen oder wenn sie etwas aufnehmen und eine systemische Reaktion hervorrufen. Das Erkennen der Urticaria-Quelle, Nesselsucht, kann schwierig sein, da sie durch tausende verschiedener Ursachen verursacht werden kann. Eine übliche Behandlung hierfür sind, wie bei der Behandlung von Rinitis, Antihistaminika, die die Histamine-Reaktion stoppen und die Haut beruhigen. Eine Art von Reaktion, die die meisten Menschen möglicherweise nicht als allergische Reaktion betrachten, ist eine schwere Magenverstimmung oder Krämpfe. Manchmal zeigen Menschen Allergien, wenn sie bestimmte Nahrungsmittel zu sich nehmen. Dies kann sich als Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung äußern. Dies ist eine seltenere Reaktion als Heuschnupfen oder sogar allergisches Asthma oder Nesselsucht. Zweifellos ist die schwerwiegendste allergische Reaktion die Anaphylaxie. Dies ist eine Ganzkörperreaktion auf die Einwirkung eines Allergens. Sie kann auftreten, wenn Menschen allergisch gegen bestimmte Lebensmittel wie Erdnüsse oder Schalentiere oder gegen bestimmte Arzneimittel wie Penicillin sind. Es kann auch von Insektenstichen oder giftigen Schlangenbissen herrühren. Anaphylaxie tritt normalerweise nicht bei der ersten Exposition gegenüber dem Allergen auf, außer möglicherweise bei Reptilienbissen. In den meisten Fällen tritt es bei nachfolgender Exposition und bei jedem Kontakt mit Hörerschwere auf. Es passieren mehrere Dinge gleichzeitig, die gefährlich sind. Hautausschlag oder Nesselsucht können auftreten, Lippen und Zunge können sich geschwollen anfühlen und die Atemwege beginnen sich zu schließen. Die Gefahr ist unmittelbar und die meisten Menschen, die wissen, dass sie diese lebensbedrohlichen Allergien haben, tragen einen Epipen, eine einfach zu injizierende Dosis Adrenalin, um die Reaktion zu stoppen. Sollte dies nicht möglich sein, können andere Symptome wie Erbrechen, niedriger Blutdruck und Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit auftreten. Es ist zu beachten, dass Anaphylaxie immer als lebensbedrohlicher Notfall betrachtet werden muss. Personen mit anaphylaktischen Reaktionen in der Vergangenheit wird auch geraten, ein medizinisches Armband oder eine Halskette zu tragen, um andere zu warnen. Da dieser Zustand ohne ordnungsgemäße Verwaltung sehr leichttödlich sein kann, ist es wichtig, dass die Menschen ihn mit dem Respekt behandeln, den er verdient. Andererseits sind erste anaphylaktische Reaktionen eher unerwartet, da der Körper, als er zum ersten Mal einem bestimmten Allergen ausgesetzt war, nicht so heftig reagierte. Zur Sicherheit sollten alle Menschen lernen, die Anzeichen dieser schwerwiegenden allergischen Reaktion zu erkennen, damit sie Nothilfe erhalten können, wenn sie diese Reaktion bei sich selbst oder bei einer anderen Person erkennen.